Herzlich Willkommen auf dem Webinar des United Global Team. Mein Name ist Carsten Lange, 38 Jahre jung und ich bin mittlerweile seit dem Jahr 2002 im Bereich Network Marketing, Direct Selling sehr, sehr erfolgreich tätig. Ich glaube, nach mittlerweile ca. 15 Jahren Vertriebstätigkeit, mir ein Urteil darüber erlauben zu können, was der Traum eines jeden Network Marketing Profis ist, eines jeden Vertriebsprofis ist, aber auch eines Unternehmers ist. Dabei zu sein zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, einmal den richtigen Zeitpunkt zu erwischen und als einer der Ersten dabei zu sein, wenn eine Idee geboren wird, wenn ein Trend kreiert wird für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dabei zu sein, wenn eine Geschichte entsteht, die so gewaltig ist, dass Menschen darüber reden und einfach durch Mundpropaganda diese Geschichte immer stärker wächst. Dabei zu sein, gerade auch für Vertriebsmenschen, wenn ein Top-Unternehmen den eigenen Markt betrifft. Dabei zu sein als einer der Ersten, z.B. im deutschsprachigen Raum, wenn ein Network Marketing Gigant etwas Einzigartiges launcht. Ich habe eine wirklich fantastische Neuigkeit für dich. Am 29.10.2016 wird es den ersten globalen Launch in der Geschichte des Network Marketing geben. Ich rede nicht von einem Launch, der nur im deutschsprachigen Bereich stattfindet, so wie du es vielleicht kennst. Ich rede nicht von einem Launch, wo eine Firma kommt und sagt, du kannst jetzt hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, vielleicht noch in zwei, drei Ländern in Europa dabei sein, sondern ich rede erstmals von einem Launch, der in über 200 Ländern der Welt passieren wird. Egal, wo deine Kontakte sind, ob sie in Europa sind, ob sie in Asien sind, ob sie in Lateinamerika sind, ob sie in Australien sind, ob sie in den USA sind, dieser Launch wird so gut wie in jedem Land der Welt passieren. Aber lass mich einfach mal am Anfang beginnen. Was wäre, wenn du jemanden kennenlernen würdest oder von jemandem hören würdest, der im Alter von vier Jahren mit Integralrechnung begonnen hat, mit elf Jahren die Highschool abgeschlossen hat, mit 13 seinen Collegeabschluss gemacht hat, mit 17 Jahren den Abschluss an der Medizinischen Universität gemacht hat und als jüngster Doktor aller Zeiten im Guinness Buch der Rekorde stehen würde. Ich glaube, wir sind uns einig, wir alle würden diese Person als Genie bezeichnen. Gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen sind wir in der Lage, diesen Mann als Partner zu bezeichnen. Dr. Ambati, einer der herausragendsten Persönlichkeiten im Bereich Medizin und Forschung der vergangenen Jahre, hat gemeinsam mit unserer Company einen Exklusivvertrag unterschrieben. Dieser Mann hat mehrere Auszeichnungen, ganz, ganz seltene Auszeichnungen, in den verschiedensten Bereichen im Bereich Forschung und Medizin bekommen und er ist Träger eines Patentes und eines exklusiven Wirkstoffes, einer exklusiven Technologie. Einer Technologie, die in einen Markt hineingeht, der als einer der größten und wachstumsstärksten Märkte, nicht nur unserer Industrie, sondern allgemein weltweit gilt. Die Rede ist vom Bereich der Nahrungsergänzung. Es werden weltweit pro Jahr über eine Billion Euro, US-Dollar, vollkommen egal umgesetzt, nur mit dem Bereich Nahrungsergänzung und Nutrition. Wir reden hier von Prävention, wir reden hier von Nahrungsergänzungsmitteln, wir reden hier von Ernährung, Gewichtsmanagement, wir reden von Energie, wie zum Beispiel auch Energy-Getränke. Wir reden also hier von einem potenziellen Marktvolumen von 1,6 Billionen Dollar, Euro, je nachdem. Ich glaube, der Kuchen ist riesengroß. Wenn ich aber über Nahrungsergänzungen rede, rede ich auf der anderen Seite von einem Markt, der wahnsinnig unübersichtlich ist. Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren, Antioxidantien, Mineralien und, 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 und. Es gibt so viele Präparate mittlerweile am Markt, so viele Superfrüchte, Säfte, Pillenpulver und so weiter, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist durchzublicken, dass es extrem teuer ist mittlerweile auch, sich wirklich auf diese Art und Weise gesund zu ernähren, beziehungsweise dem Körper hier auch noch die notwendigen Nährstoffe zusätzlich zu geben und gerade auch im Bereich Vertrieb sehr, sehr schwierig, denn wir reden hier von einem starken Verdrängungswettbewerb. Ich glaube, der eine oder andere wird mir recht geben, dass die Berater sich da draußen die Ohren vollhauen oder die Taschen vollhauen. Mein Orakwert ist höher als deiner, wir haben mehr Antioxidantien als dein Produkt etc. Das Wichtigste, und das wissen aber die wenigsten Menschen, 95% der Wirkstoffe werden vom Körper gar nicht aufgenommen. Du kaufst heute Nahrungsergänzungsprodukte im Wert von 100 Euro und ich sagst zwischen uns mal direkt raus, 95 Euro davon landen im Klo. Dr. Ambati hat es geschafft, eine Technologie zu entwickeln, ein Patent zu entwickeln, die erstmals in der Lage ist, Wirkstoffe, die gemeinsam mit dieser Technologie kombiniert werden, für den Körper nahezu zu 100% verfügbar zu machen und damit dem Körper zu helfen, diese Begleitwirkstoffe, diese Wirkstoffe, die also hier kombiniert werden mit seinem Patent, für den Körper zugänglich zu machen. Auf Basis dieser Technologie hat unser Partnerunternehmen die erste sogenannte All-in-One-Nutrition für den Weltmarkt entwickelt. Prodigy 5 ist ein Produkt, welches nicht nur im Bereich Vitamine funktioniert. Es ist ein Produkt, welches alles enthält, was du für die gesunde Ernährung, was du für den optimalen Stoffwechselprozess, was du für ein gutes Immunsystem, was du für ein Muskelwachstum, für ein Knochenwachstum usw. usw. benötigst. 5 Punkte, Technologie, Know-how, ausgesuchte Vitamine, Antioxidantien, Plankton, der Ursprung des Lebens auf der Erde und auch der Bereich Energie, Fitness, Vitalität. Ein kleiner Auszug der Stoffe hier von Prodigy 5, ich möchte nicht im Einzelnen darauf eingehen, ich möchte einfach nochmal sehen, dass du weißt, wovon ich rede. Die verschiedensten Vitamine, die verschiedensten Mineralien und Spurenelemente wie Calcium, Magnesium, Kalium, Mangan, Jod, Eisen, Zink, Kupfer, Selen, Aminosäuren wie Lysin, wie Isoleuzin, Leuzin usw. usw. alle sehr, sehr wichtig für unseren Organismus. Wir haben Augennährstoffe, das bedeutet, Stoffe, die in der Lage sind, uns zu helfen, gut zu sehen, besser zu sehen, das Auge positiv zu unterstützen, aber natürlich auch Antioxidantien wie Granatapfel, wie Himbeere, die für unseren Körper natürlich nicht nur wichtig sind, um ihn zu schützen vor freien Radikalen, sondern darüber hinaus, um dem Körper auch bei Bluthochdruck zu helfen, bei vielleicht Arthritis zu helfen, Alterserscheinung usw. usw. Darüber hinaus gibt es eine ausgesuchte und exklusive Anzahl an Kräutern, wie zum Beispiel Ginseng. Ginseng, einer der wichtigsten und am besten erforschten Pflanzen überhaupt. Seit tausenden von Jahren in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet, gibt es mittlerweile aber auch pharmazeutische Studien, über 600 Stück, dass Ginseng ein wahrer Powerstoff ist. Kurkuminoide, auf Deutsch Kurkuma, vielleicht besser zu verstehen, bekannt für zum Beispiel Blutreinigung, kann dafür sorgen, dass die Atmungskette in den Mitochondien aufrechterhalten werden kann, ganz, ganz toll für Energiegewinnung, stärkt den Magen, ein Mega-Antioxidant, wichtig für das Herz-Kreislauf-System usw. Das heißt, wir haben hier wirklich hervorragende Wirkstoffe, Inhaltsstoffe und als E-Tüpfelchen von diesen Wirkstoffen kommt jetzt der Super-Wirkstoff Plankton dazu. Plankton, die älteste Lebensform der Erde. Plankton sorgt einfach dafür, dass über 90% des Sauerstoffs auf der Erde gebildet werden können. Plankton ist die Lebensform mit den meisten Inhaltsstoffen, die wir für uns als Menschen nutzen können. Selbst die größten Lebewesen der Welt, die Blauwale ernähren sich fast zu 100% von Plankton und die NASA bezeichnet Plankton als das Superfood der Zukunft, weil man einfach weiß, dass man hier mit Astronauten über 5, über 10 Jahre nahezu vollständig ernähren kann. Das Wichtigste aber am Ende, dieses Produkt funktioniert nicht nach einem Monat oder nach zwei Monaten, wie du das vielleicht kennst, von anderen Säften oder von anderen Produkten. Dieses Produkt hat eine spürbare Wirkung in kürzester Zeit. Ist das nicht der Traum eines jeden Networkers zu wissen, ich habe ein Produkt, was weltweit exklusiv launcht, welches aufgrund der Inhaltsstoffe so einzigartig ist und fantastisch ist, dass es kein anderes Unternehmen hat, dass du es exklusiv hast und wenn du am Tisch sitzt mit Leuten und diese Leute dieses Produkt testen, sie nach kürzester Zeit AHA-Erlebnisse haben und sagen, wow, genial, was ist das? Ich glaube, wenn du mich verstehst, wirst du wissen, warum ich so brenne. Wer steht hier dahinter? Es steht kein Startup-Unternehmen dahinter, es steht eine Company dahinter, die bereits Geschichte geschrieben hat. Eine Company namens Forever Green, an deren Spitze ein Mann steht mit Ron Williams, der in der Vergangenheit Riesenunternehmen begleitet hat, Multimilliardenkonzerne begleitet hat und darüber hinaus als Vorsitzender des Dachverbandes in Amerika sehr, sehr viel Erfahrung in dieser Industrie hat. Er hat ein Top-Management von Leuten, die es geschafft haben, Unternehmen aufzubauen mit zwei bis drei Milliarden Jahresumsatz und gemeinsam haben sie es geschafft, ein patentiertes Geschäftskonzept eigentlich aufzubauen, welches erstmalig ermöglicht, Produkte in nahezu jedes Land der Welt zu schicken. Noch einmal, es ist nicht die Zeit, wo ich ein Marktpotenzial von 50 oder 100 Millionen Menschen anspreche. Wir reden von einem Marktpotenzial von 6,5 Milliarden Menschen, 6,5 Milliarden Menschen, die wir mit Prodigy Five vom Stadt ab weg versorgen können. Warum? Weil wir dieses Produkt mittels eines Briefumschlags um die komplette Welt schicken können. Glaub mir eines, ob du dabei bist oder nicht. Wir werden mit diesem Produkt in den nächsten 18 Monaten locker einen Tagesumsatz von 1 Million US-Dollar machen und wir zahlen über 60% in den Vertrieb aus. Wenn du dabei bist, habe ich eine tolle Nachricht für dich. Du hast jetzt die Möglichkeit, mit uns gemeinsam, vor dem offiziellen Start, vor dem Start von Prodigy Five, dir dein Team aufzubauen, dir eine Megaposition im Marketingplan schon aufzubauen und am 29.10. dafür zu sorgen, dass du sofort Geld verdienst. Wie das funktioniert, erkläre ich dir jetzt. Kommen wir zuerst mal auf den Preis von Prodigy Five. Ein Einzelpack, Prodigy Five, reicht ca. für einen Monat, kostet roundabout 63 US-Dollar, bringt 50 Punkte. Ein Doppelpack mit 125 US-Dollar, bringt 100 Punkte. Das sind halt zwei Pakete für ca. zwei Monate. Es wird einen speziellen Autoship-Preis geben, ein spezielles Abo für Prodigy Five Pre-Launch-Paketkäufer. Was das ist, werde ich genauer erklären. Wo du für 99, 95, zwei Packungen Prodigy Five bekommst, 90 CV, also Volumen, das vergütet wird, und du voll qualifiziert bist. Das bedeutet, zum normalen Doppelpack einen Preisunterschied von ca. 25 Dollar. Das ist natürlich schon mal wirklich eine interessante Geschichte. Wie kannst du jetzt davon partizipieren? Du hast bis zum 29.10. Zeit, jeden Menschen, den du für dieses Business gemeinsam mit uns begeisterst, für 20 US-Dollar vorzuregistrieren. Am 29.10. wird es ein Meeting geben mit Dr. Saussedo, dem genialen Forschungspartner von Dr. Ambati und natürlich Dr. Ambati himself, wo man genau die Technologie dieses Produktes erklärt. Wenn du dich entscheidest, dich vorzuregistrieren, hast du dann die Möglichkeit, am 29.10., was vollkommen automatisch durch unsere Firma passiert, ein Prodigy Five Pre-Launch Pack zu erwerben für ca. 270 Euro. Du bekommst 6 Packungen Prodigy Five, du hast einen Verkaufswert von ca. 450 Dollar oder aber du nutzt das Produkt für dich zum Samplen, zum Ausgeben. Du hast anschließend die Möglichkeit, dich auch für dieses Mega-Auto-Chip zu qualifizieren. All das kannst du jetzt gemeinsam mit Menschen besprechen, die wir für dich, für Prodigy Five begeistern. Das bedeutet, jetzt die Registrierung für 20 US-Dollar, das würde dein Gastgeber noch genauer erklären, wie das funktioniert. Und am 29.10. wird dieses Pre-Launch Pack für dich automatisch gebucht. Das Wichtige ist jetzt, du hast die Zeit, in den nächsten Tagen, dir einen Karriereplan oder den Karriereplan optimal zu nutzen, dir eine Karrierestufe aufzubauen, wo du normalerweise wirklich sehr, sehr stark arbeiten musst, beziehungsweise diese Chance, das so zu machen, wirst du wahrscheinlich nie wiederbekommen. Ich möchte euch mal das Beispiel geben als 3-Star. 3-Star benötigst du, wir haben ein duales Marketing-System, einen binären Marketing-Plan, 16 Personen auf der linken Seite, 16 Personen auf der rechten Seite, im Team wohlgemerkt, nicht selber komplett aufgebaut, sondern es muss sich aus dem Team heraus entwickeln, die zum Beispiel mit so einem Prodigy Five Pre-Launch Pack dann am 29.10. starten. Das heißt, du hast Zeit, bis zum 29.10. mit uns gemeinsam, 16 Menschen links, 16 Menschen rechts mit 20 US-Dollar zu registrieren, die dann einfach wissen, das Paket wird gebucht. Was passiert? Du beginnst als 3-Star bei Forever Green, du bekommst an diesem Tag eine Provisionszahlung von roundabout 1.200 US-Dollar. Phänomenal. Es geht noch weiter. 4-Star. 10.000 Punkte. Linkes Team, rechtes Team. 40 Partner links, 40 Partner rechts. Ich kenne Menschen, die schreiben 40 Partner persönlich in der Woche ein. Das musst du nicht persönlich machen, das kann aus dem Team heraus entkommen. 4-Star erreicht, 2.400 US-Dollar verdient am 29.10. Per Knopfdruck. 5-Star. 20.000 Punkte im linken Team, 20.000 Punkte im rechten Team, 80 Partner links, 80 Partner rechts. Roundabout 3.700 US-Dollar am 29.10. verdient. Hier kommen weitere Boni noch dazu, deswegen sage ich circa. Wichtig für dich ist jetzt eines, triff eine Entscheidung, ruf die Person an, die dir dieses Video geschickt hat, die dir diesen Link gegeben hat, diese Person meint es gut mit dir. Lass dir den Rest erklären, lass dir den Marketingplan erklären. Ich freue mich auf dich, ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Welcome home, bei einer der größten Geschäftsgelegenheiten der letzten 20 Jahre. In diesem Sinne, triff die richtige Entscheidung. Bis bald, alles Liebe, alles Gute. Alles Gute.